Die PPU Umwelttechnik GmbH bietet für ihre gelieferten Abwasserbehandlungsanlagen einen weltweiten Service an. Für die Installation und Inbetriebnahme größerer Projekte verfügt PPU über einen modernen und voll ausgestatteten Werkstattcontainer. Dieser ist Bestandteil der Montage und Serviceleistungen. Der Container wird für die Zeit der Montage auch die Baustellen geliefert. Hier haben wir den Eingang zu unserem Werkstattcontainer. In der Tür ist erstens die Uhr für die Uhrzeit. Dann haben wir unser erster Hilfekasten, wie Sie da sehen, auch das Verbandsbuch. Dann haben wir unser Verhalten im Brandfall in zwei Sprachen, Englisch und Deutsch, falls wir Mitarbeiter haben, die vor Ort Englisch sprechen. Auch das Verhalten im Alarmfall und dann vor Ort füllen wir die örtlichen Gegebenheiten von Feuerwehr, Notarzt usw. mit ein. Zusätzlich zu unserem ersten Hilfekasten haben wir natürlich auch hier eine Augendusche, Hörschutz haben wir, wir haben Knieschütze und natürlich ist Reinigung auch ein großes Thema. Der Container ist mit allen Spezialwerkzeugen ausgestattet, die von der Installation bis zur Inbetriebnahme der Kläranlagen notwendig sind. Dazu gehören unterschiedliche Kunststoffschweißgeräte, Kreisschneider, Presswerkzeuge und Kompressoren. Dies ist notwendig, da in vielen Ländern die Verfügbarkeit von Spezialwerkzeugen nicht immer gewährleistet ist. Das Team besteht aus PPU-Werksmonteuren und wird vor Ort von Partnerbetrieben oder Fremdfirmen unterstützt. Unsere PPU-Supervisor sorgen für die Koordination, überwachen die Montagequalität und garantieren letztendlich Abwasserbehandlung auf höchstem Niveau. Der Supervisor steht dem Kunden auch nach der Inbetriebnahmeschulung als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Mit dem Werkstattcontainer gewährleistet die PPU Umwelttechnik GmbH eine herausragende Montage aller Abwasserreinigungsprojekte auf deutschem Qualitätsniveau. Kontaktieren Sie uns, damit wir Sie bestmöglich unterstützen können.